hallo und herzlich willkommen so heute bin ich auf unserem balkon und zwar sieht man hier schon ganz gut unsere erdbeeren die den ganzen winter halt draußen waren mittlerweile sind sie auch schon am blühen ja heute war es ein bisschen windig deswegen ist das hier auch ein voice over video und ja man sieht dass eben die ganz kleinen weißen blüten und da sind die blätter flattern im wind also die haben sich wirklich den winter ganz gut gehalten so in diesen anderen kästen um das beet herum haben wir weiße längliche radieschen und die ganz normalen roten kugeligen gepflanzt das sind auch fast alle gekommen außer hier jetzt beim letzten sieht man da um die zweite reihe da fehlen zwei ja das sind unsere großen kübeln da hatten wir voriges jahr unsere tomaten drinnen die sind jetzt mittlerweile schon in arbeit in der wohnung also angepflanzt ja das ist halt das überbleibsel vom winter also das beet eben hat sich nicht viel getan so jetzt schwenken wir darüber zu unserem flieder der war voriges jahr im sommer waren das nur stecklinge so von 20 25 cm und das ist halt daraus geworden hier unten habe ich schon balkon blumen dem einkasten auch so dass es eine große hier links allerdings meine erste ich weiß noch nicht ob jetzt noch blühen mag oder nicht momentan sieht es nicht so toll aus so hier rechts haben wir eine pfefferminze die haben jetzt frisch dazu gekauft wieder und ja mal schauen wie sich das alles macht diesen sommer ich werde dann jetzt eh gleich nachher in die wohnung schwenken weil da haben wir jetzt eben wie gesagt viele sachen angesetzt da haben wir jetzt auch zum teil schon balkonpflanzen so das sind wir auch schon in diesen zwei grünen kästen sind die balkonpflanzen drinnen da haben wir die löwenmäulchen und die badmelken sind auch fast eigentlich alle geboren also herausgekommen diese sechs stück das werden unsere tomaten also die sind auch schon super herausgewachsen hier ganz links das müsste jetzt basilikum werden das habe ich im dreieck gepflanzt aber leider ist da ganz links nichts geworden anscheinend wollte nichts herauskommen ja jetzt muss ich hier um die tageslichtlampe gehen deswegen wackelt das hier so etwas dieses hellgrüne ist ein kleines zitronenbäumchen soll das werden schauen wir mal ob das auch was wird ja und hier hatte ich in den beiden töpfen einmal zitronenmelisse drinnen und einmal petersilie Flip rosörgold ganz im leberpro officie zu benutzen kann aber bürger noch bis zum nächsten ischam Angela Kột Sorgen Angela Kaffee